Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute ziehe ich den Gewinner der ersten Adventsverlosung von mir für euch. Ich bin Sophie und falls du meinen Kanal noch nicht kennst, kannst du dir hier einmal den Kanal Trailer anschauen und meinen Kanal bei Bedarf abonnieren. Den Abo-Button findest du hier unten und damit du auch kein Video verpasst, mach einfach die Glocke an. Jetzt geht es aber darum, den Gewinner der ersten Verlosung zu ziehen und zwar den Gewinner des süßen, kleinen, nicer, nicer, spicy. Ich bin selber sehr gespannt. Insgesamt haben wir 32 Teilnehmer. Das ist doch eine gute Chance. 1 zu 32. Auf jeden Fall besser als beim Lotto. Klar kann man keine Millionen gewinnen, aber diesen nicer, nicer, spicy. Jetzt ziehe ich den Gewinner der ersten Verlosung. Heute Abend um 18 Uhr startet die zweite. Lasst euch überraschen. Ich habe das hier eingegeben in den Common Picker. Es sind 32 Teilnehmer. Und ich komme zu euch. Wir ziehen gemeinsam den Gewinner. Achtung, fertig. Der Gewinner ist, hier wird gezogen, Jutta Jücker. Herzlichen Glückwunsch, Jutta Jücker. Ich weiß nicht, wo man es am besten sehen kann. Ich kann es auf jeden Fall sehen. Jutta Jücker, du bist die Gewinnerin. Herzlichen Glückwunsch. Der Kommentar von Jutta Jücker, Hashtag Verlosung. Ich möchte den nicer, 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 spicy gewinnen, weil er schön klein und handlich ist und ich leider nur den nicer, nicer, chef habe und da auch nur die großen Schneideinsätze und ich damit dann endlich meine kleinen Zwiebelwürfelchen schneiden kann. Und vieles mehr natürlich. Herzlichen Glückwunsch, Jutta Jücker. Schreib mir entweder per Mail oder im Messenger deine Adresse. Dann schicke ich den gleich morgen raus. Heute Abend um 18 Uhr geht es weiter. Da startet die zweite Verlosung. Ich wünsche allen einen schönen ersten Advent. Bis bald. Eure Sophie.